Brülliant! Dann müssen wir jetzt noch ein bisschen drehen. Die Achse muss jetzt sozusagen... Diese Achse... Die Achse des Bösen. Diese Achse muss sozusagen zu mir hierher. Ja! So weit vielleicht. Könnte sein. Und ich müsste theoretisch... Theoretisch muss ich, wenn ich jetzt hier hochkomme, muss ich genau den rüberhauen. Bisschen nach da. Zurückdrehen. So weit. So weit. Also man könnte jetzt hier noch einen zweiten... Zweiter Punkt fallen, aber... Machen wir es nicht. Der hört natürlich nicht. Das sieht wirklich aus. Ich mach mal einen Punkt. Dann können wir immer noch mal... Korrigieren. Dann haben wir... Der Dokumentar ist so. Kommt man wieder mit dem Kram da raus? Oder was? Doch nicht. Donald, der gerade... Die Werkstatt ist zu klein. Oh! 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 Das sieht nicht gut aus. Ich weiß noch nicht. Wird der jetzt nachher? Ja, das ist zu klein, dass man eigentlich nicht zurücktreten kann und gucken kann, was man eigentlich getan hat. Eine wahre Wunde entsteht eigentlich wahrscheinlich erst, wenn man es draußen sieht. Aber was soll ich machen? Die sind einfach zu klein. Die haben so 30x30 Meter. Das wäre doch schon was. Nicht 7x5. Die haben doch gesagt, es steht richtig schön, oder? Ja. Muss ich da jetzt eigentlich keine Angst haben, dass wir das jetzt nochmal rumdrehen müssen, drücken und irgendwas. Oder wenn, dann müssen wir das eben nochmal aufflexen. So, mein Juni. Versuch das die Kamera sich nicht auffammelst, Donald. Das ist die ganz tolle Strahlung. Das wisst du, ja? Wisst du das? Dass du hier ganz doll bestrahlt wirst gerade? Dass man sofort, also nach so viel Naht, hast du den Sonnenbrand. Deswegen hochgeschlossen. Und wenn du jetzt hier mal so gestorben bist, dann wird dich deiner Sicht auch freuen. Schuss. 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 So, dann schließen wir noch ein bisschen mehr Strom hoch. Süßdach. So, dann schließen wir jetzt. So, dann machen wir das Ganze. So, dann machen wir das Ganze- so, dann machen wir das Ganze einfach nach Holz gestinken. So, dann schließen wir das Ganze. Das ist jetzt mal dein. Den nennt man Köhlein, also wenn sozusagen Holz unter dem Abflug von Sauerstoff verbrannt wird, dann entsteht Holzkohle. Und dann entsteht Holzkohle. Jonas, ich glaube du kannst dich von Flock davonflocken. Was soll hier noch passieren, ich habe ja schon 30cm weg. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. 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 Ich weiß nicht, ich weiß nicht.